jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen blog von mir ja heute ist der 28.7 das heißt ich habe geburtstag leute und ja ich bin gerade 15 jahre alt geworden und ich hoffe euch gefällt dieser kleine spontane blog das wird jetzt nichts besonderes und so aber ich werde auf jeden fall nachher auf mofa fahren da ich den führerschein gemacht habe und jetzt endlich fahren darf und ja dann würde ich sagen zeige ich einfach mal so die besten sachen vom ganzen tag und wir sehen uns dann gleich wieder ja leute ich wollte mal ganz kurz ansprechen dass dies ja mein erster blog ist und ja ich sehr unerfahren bin aber ich gebe mir wirklich sehr mühe und ja ich würde freuen wenn den kanal kosten muss abonnieren und so und ja ich erkläre jetzt auch mal so ein paar fragen die über mich irgendwie entstehen können ich heiße auf jeden fall luca bin 15 jahre alt und ja gehe halt jetzt auf ein gymnasium in der nähe von hannover kamera benötigt die canon powershot g7 x mark 2 glaube ich und ja filmen 60 fps und 1080p und bin damit eigentlich recht zufrieden ich mache youtube nur aus spaß und ja dann würde ich einfach sagen leute viel spaß mit weiterhin mit dem ganzen blog und wir sehen uns dann gleich denke ich mal beim essen oder sowas wieder auch auch ja 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 k ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.